Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Wir sind im Bubenheimer Spieleland gerade angekommen. Das ist bei Köln in Nörvenisch und da waren wir noch nie gewesen und wir sind total gespannt wie es hier ist. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut und das sah sehr gut aus und weil wir auch immer gerne was Neues machen, haben wir gedacht, dass wir heute mal dahin fahren. Und heute ist Pfingst. Genau, heute ist Pfingstmontag. Da hat doch mein Kindergarten frei. Ja, haben alle frei. Und die Schule. Okay, wir gehen jetzt mal rein. Und morgen ist wieder Kindergarten. Ja, wir gehen jetzt mal rein und lassen uns einfach überraschen und nehmen euch natürlich wieder mit. Viel Spaß beim Video! 1, 2, 2 Oh ja, ihr seht es wirklich sehr schön an. Oh, hier gibt es aber viel, he? Maiscafé. Hier ist schon kräftig mit Wasser am Spielen. Das ist aber schön hier, he? Ja. Im Moment auch noch sehr leer, weil es erst eine halbe Stunde auf hat. Hier ist nicht so viel Wasser drin. Hier ist es ein Kater. Oh ja, ich habe einen Kater. Na ja, warm ist was anderes. 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 Ich muss das gleich mal von oben filmen, wie steil das wirklich ist. Das ist der Hammer. Es geht hier mega steil runter. Das ist der Hammer. Ich rutsche lieber die normale. Ich kriege schon Angst beim runter gucken. Das pumpt mein Herz schon. Ihr müsst euch auf jeden Fall zurücklehnen. Hilfe! Eins, zwei, drei zurück. Zurück. Eins, zwei, drei zurück. Zurück. Hilfe! So jetzt geht es los. Können wir? Ja! Das ist ein Kick. Ja, das ist wirklich ein Kick. Ja, das ist ein Kick. Das ist auch nicht ohne. Ja. Ja, das ist schon richtig steil da. Ja, das ist schon richtig steil da. Es ist echt schön hier im Spieleland. Also muss ich sagen, es lohnt sich echt hier hinzufahren. Es ist mittlerweile so heiß geworden wieder. Das haben sie gar nicht gemeldet. Deswegen sind wir auch so dick an, sage ich mal. Jetzt hätten wir Luisa was kurzes angezogen. Aber ja, wusste ja keiner jetzt. Aber es drückt jetzt echt. Es ist sehr, sehr heiß im Moment. Musste einen Anlauf nehmen, sozusagen. Also Schwung. Schwung holen. Weiter, Papa, komm. Eins, zwei, drei. Muß. Uu! Ui! Toll! Uu! Musik 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 Wir sind jetzt mal rein in die Halle gegangen und wir gucken jetzt mal was es hier so gibt. Es ist echt wunderschön hier. Isa ist jetzt schon hier oben. Ich zeige euch das mal. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Es ist jetzt schon, also es ist nicht kalt, aber es ist ein klein bisschen kühler geworden, deswegen hat Luisa's, Luisa hat Papas Pullover an, weil der ein bisschen kühl jetzt mittlerweile ist, weil die Sonne ist weg und, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr angenehm und es ist so schön hier, wirklich, es lohnt sich voll. Gut, Schatz. Das ist cool, ne? Gut, Schatz. Gut, Schatz. Gut, Schatz. Gut, Schatz. Mein Mann ist nochmal auf dieser Wellenrutsche, auf dieser Wasserrutsche mit Luisa und ja, Luisa hat halt riesigen Spaß daran gefunden, darunter zu rutschen. Im Moment muss man sehr lange anstehen, weil halt sehr viele Leute hier sind. Ja, aber mal gespannt. Gut, Schatz. Gut, Schatz. So, Luisa geht jetzt, komm her. Ja, wir sind jetzt hier drin und hier kann man noch so rutschen, da geht Luisa jetzt hier die Treppen hoch und dann rutscht sie, ne? Und ich nehme euch dann mit mit der Kamera. Ja, du kannst jetzt erst mal rutschen und dann filme ich dich von unten, ja? Ja. Hier ist hier eine Stange. Wir müssen mal ganz viele Spieße bringen, dann geht man da rein. Wie geht's noch? Treppen? Wee! Gut! Es geht hier! Wie? Ja! Wie? Ja! 1, 2, 1, 4 So, wir sitzen wieder im Auto und fahren jetzt vom Parkplatz weg. Es war wirklich ein wunderschöner Tag hier. Es lohnt sich wirklich hier hinzufahren. Das Bubenheimer Spieleland. Luisa hat jetzt mittlerweile sehr viel Durst. War es schön, Luisa? Ja? Es lohnt sich, ne? Fahren wir nochmal hin, oder? Ja? Ja? Dann würden wir auf jeden Fall nochmal hinfahren, weil es war jetzt so schön, man kann sich wirklich den ganzen Tag aufhalten. Wir waren jetzt fast 5 Stunden hier und man hätte noch länger hierbleiben können. Und Luisa ist jetzt sehr müde. Okay, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gibt es uns... Dann machen wir uns halt noch irgendwie in die Kommentare, Kommentare. Es würde uns sehr freuen. Und ein Abo dazu. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Papa sagt auch noch Tschüss. Tschüss.